Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das ist das Lenovo Yoga S730. Es ist das erste Yoga mit Rückenproblemen. Denn es ist eben nicht ganz so beweglich, wie man es von der Gerätereihe kennt. Lenovo benutzt Yoga künftig als Markennamen für die eigenen Premium-Laptops, also wie Spectre bei HP oder XPS bei Dell. Der chinesische Hersteller kennzeichnet seine Geräte aber künftig mit Buchstaben, damit euch sowas eben nicht passiert. Das S beim Lenovo Yoga S730 steht dabei für slim, also ist für den Yoga-Namen nicht mehr die Beweglichkeit ein Kriterium, sondern dass es quasi in eine Yoga-Pants passt. Das tue ich zwar auch, aber das wollt ihr echt nicht sehen. Man muss aber echt sagen, dass das Lenovo Yoga S730 auf jeden Fall echt sexy ist. Es hat ein schlichtes Design, aber in sehr positiver Hinsicht. Es ist vollkommen in Silber gehalten und auf der Rückseite befindet sich nur das Yoga-Emblem, ganz dezent eingraviert. Das Scharnier ist unauffällig gestaltet und erlaubt es, das Notebook zumindest bis zu einem gewissen Grad mit einer Hand aufzuklappen. Das Display wackelt beim Tippen nicht. Die größte Auffälligkeit beim Design ist da schon die Tastatur, welche dunkelgrau ist und nicht silberfarben, wie das bei vielen anderen silbernen Notebooks üblich ist. Das mag zwar schöner aussehen, aber im Sonnenlicht ist das dann so, als hättet ihr einen Spiegel am Schoß. Lenovo hat sich erfreulicherweise dagegen entschieden. Die Tastatur selbst ist ganz in Ordnung, hat einen durchschnittlichen Hub und bietet solides, nicht zu weiches Feedback. Ich finde, man kann damit lange und sehr effizient tippen, aber ich fand die Verarbeitung der einzelnen Tasten nicht ganz perfekt. Ganz im Gegensatz zum Gehäuse des Lenovo Yoga S730. Das mit einer Tiefe von weniger als 12 mm, unglaublich dünne Notebook ist echt toll verarbeitet. Die Tastatur lässt sich nicht eindrücken, das Display nicht biegen, genauso wenig wie das Metallgehäuse. Obwohl es so dünn ist, wirkt es echt solide. Einzig die Abdeckung an der Unterseite konnte mich jetzt von der Verarbeitung nicht zu sehr begeistern. Insgesamt muss man aber sagen, das Lenovo Yoga S730 sieht sehr schön aus und bietet eine echt gute Verarbeitung. Als Anschlussmöglichkeiten finden in diesem dünnen Formfaktor nur drei USB-C Anschlüsse Platz. Als schlecht würde ich das aber nicht bezeichnen. Im Gegenteil. Ihr könnt das Gerät über alle Ports laden, also auf beiden Seiten. Aktuelle Smartphones, die Nintendo Switch, viele Powerbanks und sogar manche neue Kameras benutzen bereits USB-C Anschlüsse. USB-C gehört zweifellos die Zukunft und es hat in Wahrheit viel mehr vor als Nachteile. Nur einer davon ist zum Beispiel, dass ihr nur ein einziges Ladegerät für all die vorher genannten Geräte mitnehmen müsst. Aber Lenovo gibt beim Yoga S730 bei zwei der drei USB-C Anschlüsse ein weiteres Goodie mit, nämlich Thunderbolt 3 und dann auch noch mit jeweils vier PCI Express Lanes. Das bedeutet, ihr könnt hier auch eine externe Grafikkarte dranhängen und auch deren Performance so gut es geht ausnutzen. Unterwegs ein Ultrabook und zu Hause angedockt, kann es dann zum Gaming-Laptop werden. Die Verfügbarkeit von Thunderbolt 3 ist in dieser oberen Mittelklasse, wo sich das Lenovo Yoga S730 neben Geräten wie dem HP Envy 13 oder Asus Zenbook 13 ansiedelt, echt ungewöhnlich. Hierfür darf man Lenovo echt loben. Und ähnlich viel Lob hat sich Lenovo für das Display verdient. Es löst zwar unter Anführungszeichen nur mit Full HD auf, was aber für den Alltagsgebrauch sowie auch etwas anspruchsvollere Aufgaben mehr als genug ist. Die Schärfe reicht vollkommen aus, die Farbdarstellung ist sehr gut und die Kontraste sowie Schwarzwerte passen auch. Was aber beim Lenovo Yoga S730 großartig ist, das war die Helligkeit. Dass wir bei einem MacBook Pro, einem HP Spectre X360, einem XPS 13 oder auch Lenovos eigenem High-End-Flaggschiff, dem Yoga C930, natürlich eine tolle Displayhelligkeit bekommen, ist ja kein Wunder. Immerhin beginnen die meisten dieser Geräte preislich etwa dort, wo das Lenovo Yoga S730 schon aufhört. Dass wir hier also ein derart helles Display bekommen, ist echt eine Leistung. Das Lenovo Yoga S730 lässt sich selbst in der direkten Sonne durchaus noch benutzen und die Helligkeit ist praktisch auf einem Niveau mit einem Surface Laptop 2. Ich würde jetzt nochmals gerne betonen, dass der Surface Laptop 2 in dieser Konfiguration, die wir hier haben, 2850 Euro kostet. Also etwa das Doppelte. Der Touchscreen ist beim Lenovo Yoga S730 aber im Gegensatz zum Surface Laptop, sowie aber auch bei allen bisherigen Yoga-Geräten nicht integriert, sondern nur als Option verfügbar. Umso wichtiger wird bei diesen Geräten aber das Touchpad. Und das sieht nicht nur jeder gute Laptop-Reviewer so, sondern glücklicherweise auch Lenovo. Schaut euch mal dieses Touchpad an. Es ist enorm. Und das ist auch gut. Das Glas-Touchpad ist schnell, sehr präzise, nutzt vorbildlich den Präzisions-Touchpad-Treiber und kann auch die Multi-Touch-Gesten von Windows 10 perfekt ausführen. Touchscreens sind im Alltag oft echt praktisch, aber wenn man ihn dann schon entfernt, muss man halt auch qualitativen Ersatz anbieten. Das tut Lenovo auch und daher habe ich hier nichts zu meckern. Auch über die Hardware beim Lenovo Yoga S730 kann man sich überhaupt nicht beklagen. Unser Testgerät ist mit einem Intel Core i7 85-65U-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen SSD ausgestattet. Preislich beginnt diese Variante etwa bei 1400 Euro, aber es ist nicht selten auch günstiger zu haben. Die besten Angebote und Konfigurationen haben wir natürlich für euch in der Beschreibung verlinkt. Wer die Preise von High-End Ultrabooks kennt, wird aber schnell sehen, dass das Lenovo Yoga S730 für diese Hardware ziemlich günstig ist. In Benchmarks schlägt es knapp aber doch den Surface Laptop 2 sowie auch das Dell XPS 13 dank der neueren und etwas höher getakteten Whisky Lake Chips. Allzu lange kann das dünne Notebook die Taktraten von bis zu 4,2 GHz auf 4 Kern jedoch nicht halten und schon nach etwa 50 Sekunden unter voller Last beginnt das Throttling einzusetzen. Die CPU bleibt dabei auf Temperaturen von bis zu 70 Grad und der Lüfter dreht auf, was sich als durchschnittlich ruhiges Rauschen bemerkbar macht. Lenovo hat das Yoga S730 aber zweifellos mehr darauf ausgelegt, kühl und leise zu arbeiten, als die Grenzen der Kühlung bei der Arbeit unter Last stets auszutesten. Ich muss aber dennoch sagen, dass es für einfache Videobearbeitung echt gut geeignet ist und hier der Quad-Core i7 Prozessor echt seine Stärken zeigen kann. Soweit klingt ja alles echt positiv zum Lenovo Yoga S730, aber leider ist nicht alles Eitelwonne. Ich habe tatsächlich auch etwas zu meckern. Erst einmal ein bisschen was zur Software. Lenovo hat mit der Lenovo Vantage App ein schönes Windows Store Programm, wo ihr jene Dinge einstellen könnt, wofür es in Windows 10 einfach keine Einstellungen gibt. Zum Beispiel könnt ihr auswählen, welches Soundprofil genutzt wird, ob der Akku die Schnellladefunktion verwenden und wie sich die Fn-Taste verhalten soll. Die App ist schlicht, einfach zu bedienen und vor allem ist es ein Windows Store Programm, das ihr ohne Umwege deinstallieren könnt. Hierfür erstmal ein großes Lob. Auf der anderen Seite finde ich aber ziemlich dreist, wie sich der vorinstallierte McAfee Virenschutz verhält. Alle paar Tage kommt dieses lästige Pop-Up von unten rechts, welches sich erst nach ein paar Sekunden schließen lässt und das drängt einen beinahe dazu, entweder ein Abo abzuschließen oder das Risiko zu akzeptieren. Wie scheiße ist das denn? Einfach diese Meldung vom Virenschutz finde ich halt ziemlich dreist. Und obwohl Lenovo jetzt nicht zwingend was dafür kann, was McAfee für scheiße am System treibt, so ist es doch ein bisschen die Verantwortung des Herstellers, auf dessen Gerät ja die Software vorinstalliert ist. Zum Glück lässt sich McAfee schnell deinstallieren und sonst gibt es am Lenovo Yoga S730 keine Störnfriede mehr. Lenovo hat sich in den letzten Jahren in Sachen vorinstallierte Software echt ordentlich gebessert. McAfee macht das halt immer noch recht dreist und ich würde mir deshalb schon aus Prinzip Kaspersky nehmen, wenn überhaupt einen Virenschutz, denn der Windows Defender ist ja auch ganz gut. Der zweite schwierige Punkt beim Lenovo Yoga S730 ist der Akku. Mit einer Kapazität von 42 Wattstunden ist die verbaute Einheit wesentlich kleiner als bei der High-End-Konkurrenz. Aber es gibt auch beträchtlich weniger Kapazität, als bei den anderen Modellen der oberen Mittelklasse. Kombiniert mit dem neuesten Intel Core i7-Prozessor der U-Serie und 16 GB Arbeitsspeicher sind die beworbenen 12 Stunden nicht zu schaffen. Im Alltag haben wir bei 50% Helligkeit Werte zwischen 6 und 7 Stunden gesehen. Das sind solide Werte, welche die Konkurrenz allerdings zweifellos übertreffen kann. Lenovo bietet hier aber auch ein Fast Charging Feature an, womit das Notebook in etwa einer Stunde vollständig aufgeladen werden kann. Aber zumindest beim Core i7-Modell ist die Laufzeit kürzer als bei der Konkurrenz. Und deshalb ist auch das Lenovo Yoga S730 ein sehr spezielles Produkt dieser oberen Mittelklasse. Und das macht auch das Review so extrem schwierig. Ich versuche es mal zu erklären. Hardware-technisch spielt das Yoga S730 ganz oben mit. Beim XPS 13, beim Spectre X360, fast schon beim MacBook Pro. Es bietet Top-Hardware, eine schöne Verarbeitung und USB-C samt Thunderbolt 3. Preislich ist es aber deutlich unter dieser Oberklasse zu finden, sondern eher bei einem Asus Zenbook 13 oder einem HP Envy 13. Diese Geräte bieten aber entweder kein Thunderbolt 3 oder gar kein USB-C. Das Display ist besser als bei diesen Geräten und auch das Touchpad um eine Spur. Dafür ist aber der Akku knapp 20% kleiner als beim Envy 13 von HP. Also in manchen Bereichen spielt das Yoga S730 ganz oben mit, aber beim Akku hat man dafür gespart. Und das macht die Sache so schwierig. Besonders eben beim Core i5-Modell mit 8 GB RAM und 256 GB SSD ist das HP Spectre X360 zum Beispiel mit Touch-Display, mit Stiftunterstützung, mit Riesen-Akku, mit Thunderbolt 3 nur unwesentlich teurer als das Yoga S730. Und muss ich dazu sagen, dass das Spectre X360 von HP auch tatsächlich Yoga kann? Erst ab dem Core i7-Modell mit 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD wird der preisliche Unterschied zur Konkurrenz größer. Um nicht zu sagen enorm. Die Akku-Einbußen sind nicht derart groß und wenn ich ehrlich bin, kann ich mit 6 bis 7 Stunden im Alltag ganz gut leben. Dafür habe ich Specs, für die ich bei einem MacBook Pro gut 3.350 Euro und beim Surface Laptop rund 2.850 Euro auf den Tisch legen muss. Meiner Meinung nach ist das Lenovo Yoga S730 damit ein Weg, den man gehen kann, wenn man ein dünnes, leichtes Ultrabook mit ordentlich Leistung und Thunderbolt 3-Anschlüssen sucht. So, das war es dann auch schon mit meinem Testbericht des Lenovo Yoga S730. Wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10, Xbox und Surface sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.